Ich heiße Sie alle sehr, sehr herzlich willkommen zu diesem schönen Nachmittag, diesem wunderbaren Schützenumzug, den wir gleich erleben werden. Und ich freue mich, dass Hameln an diesem Wochenende wieder ganz im Zeichen des Kreisschützenfestes steht. Und das war, ja, ich möchte fast sagen, schon immer so. Denn viele, viele hundert Jahre ist es her. 1329 gab es das erste Schützenfest in unserer Stadt. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, das kommt dann eigentlich nur noch in die Nähe der Rattenfängersage. Der Schützenverein Westerhausen, die Karnevalsgesellschaft Blauwein-Düsseldorf, Der Verein Begrenzt Beziehung und Heimatpflege Die Feuerwehrkapelle Pflegesen Der Jubiläumsverein 150 Jahre Schützenverein Hameln Der Schützenverein Kopenbrücke Der Jugendspielverein Kopenbrücke Der Jugendspielmann zu Launstein Der Schützenverein Kopenbrücke Der Schützenverein KKs Klein-Berkel Der Schützenverein KKs Klein-Berkel Der Schützenverein Kopenbrücke Die Matthiermann der Schützungsgesellschaft, der Schützungsgemeinschaft, der Schützungsgemeinschaft. Der Schützungsgemeinschaft, der Schützungsgemeinschaft. Die Interessengemeinschaft Orsen mit Heinrich II. herzlich willkommen. Das 21. Infanterie-Regiment Napoleons von 1806. Herzlich Willkommen. Der Darmclub Hangeln. Der Schützungsgemeinschaft, der Schützungsgemeinschaft. Der Kader ist zu Kammel, mit dem Füßenfahren. Schau, die Mädchen und bin zwar die zweite. Der Kader ist zu Kammel, mit dem Füßenfahren. Schau, die Mädchen und die Füße, die Füße, die Füße, die Füße, die Füße, die Füße. Sie grüßen sich Stadtjahr an Stadt Hamel mit einem Räumen an Hamel. Hälter auf! Nächstes Witz war! Hälter auf! Stadtjahr an Hamel! Hälter auf! Der erste Hamelner Rattenwerferklub. Bogen prematrenwerferklub. DIN Nächstes Witz, der bothersen, der Schützungsgemeinschaft herrscht. Bogen weрать auf! Die Schützungsgemeinschaft. Die Schützungsgemeinschaft und die� E physiologicalnt Coke in die Hälfte. Und zwar die Mädchen. Musik Der deutsche Schützeweinhammels Musik Der Schützewein Behrensen Der Schützewein Klein-Werkel 05 Musik Der Schützewein Bisperode Musik Musik Der Schützewein Musik 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 Die Rattelfänger spielt aus Hameln mit dem Rattelfänger. Die Rattelfänger ist groß wie groß. Musik Musik Vielen Dank.